Sie sind hier, 24. Dezember 2018, 10.43 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, moderner Lifestyle ist für Paul Pogba sehr wichtig. Jetzt hat er auch seine passende App dazu, Urheberrecht, Getty Images, https, www.instagram.com, schrägstrich, Paul Pogba, schrägstrich, Fragezeichen, HL ist gleich, der Paul Pogba ist schon immer sehr aktiv im Bereich Lifestyle und Social Media. Jetzt bringt der Man United Star seine eigene App heraus, damit Fans wie er reden können. Dass Paul Pogba nicht nur im realen Leben aktiv ist, sondern auch einen großen Hang zu Social Media hat, ist nichts Neues. Es vergeht fast kein Tag, an dem der Star von Manchester United seine Fans nicht mit Bildern oder Tweets unterhält. Nun hat der Franzose vor kurzem alle United-Fans in helle Aufregung versetzt, weil er per Social Media eine große Neuigkeit ankündigte. Sofort kamen zahlreiche Gerüchte über eine eventuelle Vertragsverlängerung oder eine Äußerung zum Main-Hoh-Aus auf. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Manchester United kaufen, hier geht es zum Shop aber weit gefehlt. Pogba verkündete die Veröffentlichung seiner eigenen App twitter.com-paul-pogba-status-107693-1602293379072 Weil bereits im letzten Jahr erhielt Pogba sein eigenes Emoji auf twitter.twitter.com-paul-pogba-status-81995307157641220 Aber nur ein einziges Emoji scheint für den Weltmeister nicht genug. Daher veröffentlichte der 25-Jährige nun seine eigene App P-O-G-M-O-J-I. Dieser können seine Fans nun endlich mit den verschiedensten Pop-Bar-Emojis ausdrücken, wie sie sich fühlen. Pop-Faces und Pop-Hands Für den coolen Fendi-Emojis im Pop-Bar-Style können wie in anderen Messängern einfach per Tastatur eingefügt werden. Dabei hat man die Auswahl zwischen zahlreichen Pop-Faces, etwa den lachenden Pop-Bar, den zinkernden Pop-Bar oder den coolen Pop-Bar. Aber natürlich gibt es nicht nur Pop-Faces. Um die volle Bandbreite abzudecken gibt es auch Pop-Hands, Pop-Stuff oder Pop-Ware. So kann man zwischen dem Surfer Gruß, Shaka oder dem Daumen hoch auswählen. Dazu kommen noch klassische Pop-Bar-Gesten und seine wichtigsten Alltagsgegenstände, zu denen anscheinend auch eine Playstation und Sonnenbrillen gehören. Es ist also etwas für jeden Fan dabei. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr